Ich lande hinter uns. Moment, der kann doch von sonst wo her anschweben. Wenn ich das richtig sehe, der steht gerade. Mit was kam er denn? Komm gerade rein. Mustern. Durf seine Mustern gerade, ich hab sie zwar noch auf dem Radar, ich seh sie aber nicht. Das steht hier wo ich bin. Könnten vielleicht noch zwei, drei Leute mitkommen oder? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auch im Land gerade, ich versuche. Ich komm immer 08 rein. Wer kommt denn? Das ist Bio-Enigma. Wenn er bei 06 ist, dann hab ich ihn noch nicht auf dem Radar. Ich seh da irgendwas hinten lang. Aber ich weiß nicht, ob es ein Schiff ist oder nicht. Ich komm gerade aus meiner scheiß Haar. Ich hab den auch da unten, der da hinten rum, aber irgendwie weiß ich nicht. Also Nightstream über 08. Jetzt rein. Und denk dann. Ach nee, warte doch mal. Ach so. Okay. Nicht reinlaufen. Nicht reinlaufen. Nicht reinlaufen. Und das Note, dass das Moped so laut ist? Ja. Note? Note. Komm mal hier rüber, komm mal hier rüber bitte. Komm mal zu, auf die andere Seite hier. 0,3 oben. Ja, ich seh euch. Was hast du denn eigentlich für ein Outfit an? Den leichten oder was? Ich? Recon Nightstream. Ich bin hinter dir, gell? Leichtes Outfit? Ja, der Recon von deiner. Habe ich mir noch nie angeguckt, ey. Da kommt der Saver angeflogen. Ich finde es das geilste. Ich raufs nur hin. Durch. Der Saver. Ja. Alle oben nach 0,3. Au, 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 au. Ich bin das mittlerweile am geilsten, aber ich freu mich, wenn der neue kommt. Ja, definitiv der Heavy, ne? Ich hab Sturz gebildet. Wo bist du jetzt? Du bist jetzt weg. Du bist weg. Bayou ist gerade weg. Bayou Abstoß. Ähm, mein Forster. Hm? Was? Wo seid ihr alle auf? Carrea? Ja, natürlich. Ich sehe überhaupt keine Schiffe hier abgefangen. Der Kapitan kommt. Ach Gott, ich weiß gar nicht, ob ich bei euch in einer Instanz bin. Das wollte ich gerade fragen. Schreib mal im Chat. Moment. Moment. Oh, da schießt was. Der grande Kapitan ist abgehauen. Keine Ahnung. Kann ich schleusen? Du bist auf einem separaten Server. Ich hab was in den Chat geschrieben. Also ich bin um. Weil der ist nicht rausgelaufen, oder? Ne, da ist er unten drin, ich sehe. Tech. Hast du mich gehört? Ich höre dich. Also. Wir beschießen. Wo? Dann geh ich wieder raus. Warte mal, wir sind jetzt zu viert. Wer hat jetzt Videosoftware am laufen? Äh, ich. Ich weiß nur. Also ich hab 5 Minuten Nachlauf gehen. Dann. Wer ist unten rechts? Wir sind jetzt zu viert. Wir gehen mal zu viert jetzt rein und suchen den mal. Schmal unten links. Okay. Los. Wer ist unterhalb von der normalen Waffenkammer. Vor der am Haupt. Ja, der ist ja direkt unter uns. Äh. Tech, du gehst nach hinten. Du bist am späten, du sprichst bewaffnet. Okay. Wir müssen uns einfach nur mal breit aufstellen. Wir müssen mal gucken wie. Ob wir den zu viert erschießen können. Wenn wir den zu viert nicht erschießen können, dann. Äh. Ecke 2. Es kommt gleich noch ein paar Shantiana zu euch rein. Abknallen. 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 Ach, scheiße. Ich. 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 Ein Roter ist ja gerade, ja. Wir müssen uns für eine Richtung entscheiden, nicht alle jetzt durch, durch die Gegend laufen. Ich. 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 Mich hat schon einer abgeschossen. Was? Wo? Wo? Außer El Grande Kapitan kommt noch rein zu euch. Ja, 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 ja. Äh. Lass mal hier unten die zweite erstmal laufen. Toni. Wo wurdest du erschossen? Ich hab dich gerade so. Ja, ja. Ich bin quasi auf der anderen Seite reingekommen. Unten. Gegenüber. 7 glaube ich war es auf der 7. Da hinten ist er. Ich hab ihn gesehen. Da hinten hab ich ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen, ja. Hier an die Ecke. Such dich. Duckum, 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 duckum. Ich hatte gerade einen roten Punkt auf dem Radar. Hab ich umgedreht. Ist ja im Sicherheitsraum gewesen. Hartgranate kommt. Alle vier. Alle vier. Wo ist er denn? Ich hatte schon mal Achancen. Ich treffe ihn gerade voll. Ey, der hätte gerade sterben müssen. So hab ich ihn getroffen. Na, der ist nicht down. Ich hol mal kurz Handgranaten. Der Blute. Wir hätten jetzt alle vier da rein. Okay, wenn du. Ja, klar. Ich lebe noch. Alter, das war voll auf dem Kopf. Ja. Ja, ja, der hat cheatet. Der ist definitiv cheater. Ich hab ihn getötet. Ne, der trägt eine Heavy Armor, so wie ich. Der hat sich Medipack hinten reingefrommelt. Ja, das kann doch nicht sein. Wisst ihr, der ist nicht tot, ne? Ich hab ihn gerade erschossen. Also mich hat er instead gekillt und ich hatte auch schwere Arme. Echt? Bei mir hat er sich gerade die Zehen ausgebissen. Ne, komm, 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 weg. Kannst du auch die Eintriff schnallen, du kommst weg. Ja, ein feindliches Schiff. Ich seh's auf meinem Radar. Paladin, draußen kommt einer. Hab bei euch ein Lock-On-Node 22? Nein. 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 Ich deck mal die andere Tür ab. Da oben kommt einer rein. Oder? Okay, das war jetzt, äh, ein Fehlversuch scheinbar. Ich weiß noch warum, er ist tot. Er hat aber scheinbar sauber gespielt. Hm. Das ist der sogenannte Vorführeffekt, ne? Das hat er gesehen. Äh, ja, Jack und ich haben den letztens wirklich ne ganze Maschinengewehr selber reingeballert und hat nicht funktioniert. Ich hab beim Antares auf den geballert. Ich mit dem Laser hab 104 Schuss drauf geschossen. Ja, genau. Das war auch noch der Fall. Der Antares hat, wurden halt Magazine drauf geballert. Oder dreieinhalb. Kann einer von euch Spanisch sagen? Äh, äh, minimal aufgrund von Latein. Ola. 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 Seid ihr... Ich bin mit El Gran Capitan in einer Instanz. Ja, ja. Dann bin ich wieder bei euch. Sehr schön. Äh, also einmal Quell Capronos heißt halt Freunde oder sowas ähnliches. Spanisch. Ich kann sein Gott Olle. Olle. Cerveza. Oh Gott. Was bin ich, ne? Ich kann nur Pajero. Habra Varios. Das ist irgendwas verschiedener Besitze. Oder so. Cinque cerveza. Also wahrscheinlich fragt der eine, ob man verschiedene Schiffe hat. Und der fragt dann, hey Freunde, kann man mir was leihen? Nee, doch. Das andere hab ich keine Ahnung. Es kommt wieder einer, Pala. Nö, ich hab ein großes Latino. Ich muss so lange genug Latein üben. Da ist vieles mit bei. Ist in die Richtung gewesen. Elischkeiten gibts da wahrscheinlich. Ist halt eine romanische Sprache. Boah, was ist das? Der schlägt raus. Ihr kriegt gleich was zu. Nee. Paladin hat ihn niedergemacht. Oh mein Gott. Ja, lag das. Also nicht. Bin ich gerade auf dem Weg nach Korea. Nick waren noch nicht. Neun. Unten ist noch einer. Ich hab grad noch die Explosion gesehen. Satino ist da. Ich bin spanisch. Tino, ja. Feuer frei. Ey, ihr wolltet drinnen kämpfen. Was kommt, ey? Was kommt, ey? Genau, ich muss hier. Und ihr habt den einen Bösen draußen immer noch nicht gefunden. Ist draußen noch ein Böser? Ja, irgendwo hinten. Nein, nicht mehr. Hier ist keiner mehr. Ich seh ihn doch auf meinem Radar. Dann geh ich halt selber raus und töte ihn. Boah, was ist jetzt? Ich bin draußen. Wo denn? Aber der Vasquez war ja gar nicht hier. 0,3. Quatsch. Rückseite ist 0,6 oder so. Aber ich mach's schon selber. Er kommt gerade jetzt zum Tor. Ey, Kapitan. Ist tot. Die Schrotflinte hat's geregelt. Achtung. Gegner. Vasquez. Warte mal. Lass mal den rein. Den wollen wir ja abknacken. Vasquez reinlassen? Ne, Vasquez. Weil der ist nämlich auch gerade rein. Das ist nicht Vasquez. Der kommt aber gerade. Hm. Alter, alles Spanier hier. Das gibt's doch gar nicht. It's business. Kann ja keiner mehr was lesen. Was ist denn kaputt gemacht? Was ist denn kaputt gemacht? Eilen. Wer hat was gemacht? Du hast ihn kaputt gemacht, den Vasquez. Warte. Nö. Wie ist denn jemand... Irgendwie... Wie ist denn jemand angerempelt? Wie ist denn jemand angerempelt? Wie ist denn jemand angerempelt? Ja. Ja. Eine Autor. Glaub aber, dass er eh schon raus war aus dem Schild. Das musst du schon wieder reparieren und meinst, wo er für dieses Geld ausgeben. Aaaaah. Es wäre nett, wenn ihr euch jetzt ankündigt, wenn ihr reinkommt. Sonst schieß ich, ne? Ich lauf jetzt mal rein. Von wo denn? Erstmal muss ich aussteigen. Ich könnte ja eigentlich mal... Er ist nur nach außen zum Wache halten. Ich bin noch draußen. Ich muss kurz reparieren, bin aber auch gleich wieder da. Astro! Hey! Was machst du hier? Ich dachte ich guck mal auf'n Kaffee vorbei. Geh schnell rein, ja? Ich geh jetzt von oben in die dritte Weile. Okay. Ich bin übers Bett gelaufen. Einer lief über das Bett. Ja. Vorsicht, ja. Vorsicht, ich steh gleich vor dir. Nicht schießen. Ich warte nur auf Paladin, bis er drin ist. Ja. Ich glaub ich sehe euch beide. Ne. Doch Paladin war das. Ja. Ja. Wenn man schon rattos als... Als I-Hando hat... Aber... Ach... Ach... Ich bin schon erfolgreich. Attention! Kapitan schreibt... Oh, jetzt kommen die Spanier mal rot. Meine spanischen Freunde, Carrea, ähm, por una, por ein. Papa ist gleich klar. Sido. Er bezeichnet uns als Idioten, die Carrea besetzt haben. Genau, und er möchte gerne Verstärkung, die mit ihm reingeht, also Skorte. Am besten Spanisch sprach ich. Also dann sollten wir jetzt alle rein und die schleusen. Nein, wir sollten ihn gefangen nehmen und ihm Baumwolle pflücken lassen. Naja, aber wir bräuchten jetzt nur insgesamt sechs Mann.